hallo zum vierten teil meiner fruity loop serie ich habe mir erlaubt mittlerweile etwas zu verändern ich habe hier die tonfolge verändert bei dem alieno also ich fange mit h an und gehe dann hoch mache dann zwei kurze immer dazwischen pep das ganze ein bisschen auf habe dann weil ich das ein bisschen verändert habe natürlich auch hier dann noch die beiden auf gesetzt die waren vorher anders hatte ich auch vorher glaube ich verkehrt so jetzt habe ich auch noch einen anderen ton den ich nehme der heißt chemical sister der ist da damit ich später besser damit rumfuschen kann mit den automationsspuren um die es ja heute gehen soll hier sind noch ein paar funktionen aber die will ich jetzt nicht weiter zeigen eigentlich der alieno ist momentan auch nicht so wichtig als erstes möchte ich eine automationsspur zeigen die recht einfach ist jetzt erstmal was markieren und die schiebe ich jetzt runter und da mache ich jetzt einen kleinen fehler ja weil ich will nicht bloß die dritte spur also den track 3 runterschieben das schlagzeug soll nicht so abrupt einsetzen sondern soll ein bisschen langsam kommen dazu mache ich eine volume aber erstmal ist mir recht peinlich das geht nämlich nicht nach 15 minuten schaltet sich das aus warum auch immer die sind zwar kostenlos aber nach 15 minuten funktionieren sie nicht mehr man kann dann den contact 4 neu reinladen wieder replace new contact 4 und dann gehen die wieder eine viertelstunde danach muss man sie wieder neu reinladen ist ein bisschen nervig ich habe hier auch jetzt nicht den dry sondern den wet genommen der klingt ein bisschen besser finde ich so und da möchte ich jetzt dass die lautstärke rein zoomen sozusagen fade in und hier dieser knopf ist die lautstärke für den synth der vorne drin ist und da mache ich jetzt ein create automation clip genau und da ist jetzt die lautstärke an einer kurve oder in einer kurve dargestellt und diese kurve kann ich jetzt an diesen punkten verschieben mit einem rechtsklick kann ich einen neuen punkt setzen und ich kann so viele punkte setzen wie ich will in dem fall will ich jetzt erstmal nur einen damit eben dieses schlagzeug was jetzt eigentlich mehr so ein meeresrauschen mit ein bisschen taktak ist aber nicht viel langsam anfängt und nicht einfach so einsetzt das ist ja störend wenn das plötzlich so losgeht ja genau und jetzt kommt es langsam hoch mit diesem automationsclip das macht dieser automationsclip halt weil er für die lautstärke zuständig ist das kann ich jetzt auch noch ändern das kann ich jetzt auch noch ändern während er spielt kann ich mir das anhören ob es mir gefällt oder nicht dass man zu laut ist oder zu leise sind kann es verschieben jo das war jetzt der erste und das war der einfachste einfacher geht es nicht so jetzt kommen die beiden und jetzt kommen hier ein paar automationsclips rein ihr seht ich habe hier einiges vor jetzt gehe ich auf den alieno den wähle ich mir aus der liegt auf dem pattern 1 und jetzt nehme ich als allererstes diesen frequency freak und dreh den ein paar mal gehe hier oben beim fruity wrapper links klick nochmal browse parameters das was ich als letztes gedreht habe wird jetzt hier hervorgehoben ein rechtsklick create automation clip jetzt habe ich hier den nächsten automationsclip die nächste kurve und das ist jetzt dieser frequency frequenzregler vom alieno vom synthesizer und den kann ich jetzt auch hoch und runter schieben wie ich will und oben links sieht man dann die prozentzahl von der lautstärke wenn man es verschiebt so dass man auch immer auf der gleichen lautstärke ist und genau weiß was man da hat so und jetzt fängt das langsam an und das mache jetzt nicht ich sondern es geht automatisch ja jetzt geht es hoch und jetzt hört man ihn dann langsam genau und das ist auch dieser automationsclip und deswegen liebe ich fluty loops das ist einfach genial und man kann es ja nicht nur bei einem automationsclip machen man kann es ja bei so vielen machen wie man will jetzt nehme ich hier zweiten diesen warp factor rechtsklick create automation clip habe ich den nächsten den schiebe ich mir auch zurecht der macht die halt immer über die ganze länge auch da wo man den nicht braucht eigentlich ist es egal so einen neuen gesetzt und der soll jetzt auch ansteigen und dann hört man was der nur so macht wie man sieht wegen dieser automationsspur der verschluckt den sound ein bisschen jetzt nehme ich noch die geschwindigkeit für diesen warp warp speed ist auch sehr nett genau dasselbe wieder eine automationsspur erstellt reingeschoben hier oben mache ich das halt auch immer oben ist dann der track zu dem die automationsspuren gehören und darunter dann die jeweilig zugehörigen automationsspuren also track eins darunter sind jetzt dann die ganzen automationsspuren die zum alieno gehören und unter dem pattern 2 auf track 8 ist es jetzt ist der automationsspur für das schlagzeug die lautstrecke jetzt geht es dann dahin das klingt jetzt dann schon ganz anders vielleicht ein bisschen zu sehr zu schnell das wupp 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 wie auch immer das nächste wäre dann hier das gleit das ist das die töne ineinander über gleiten ich kann leider nicht singen der nächste automationsclip und wieder dasselbe vorgehen zusammenschieben und dann kann man damit rumspielen den lasse ich jetzt auch einfach mal ansteigen permanent ich will es jetzt hauptsächlich mal zeigen ich übertreibe es jetzt natürlich auch ein bisschen ich hau da jetzt zu viele ähm automationsclips drauf wie ich halt so eine viertelstunde schaffe und der nächste nehmen wir den track ich weiß nicht mal was der genau macht für was der verantwortlich ist und auch wieder ein automationsclip und dann steht da schon der nächste also ich weiß wie er klingt aber ich weiß nicht warum er so klingt sagen wir es mal so insofern weiß ich schon was passieren wird wenn ich den verwende aber ich weiß nicht warum das genau passiert der macht den sound ein bisschen schmutziger kann man vielleicht sagen ja da eins weiter vor muss ich jetzt noch das ähm ja zu schnell zack zack das kann man hier sehr schön korrigieren immer da hoch dass da wo die wo der ganze ton kommt dann der schmutzige effekt drauf liegt jetzt sieht man hier gleich bei track dass die gleich hoch sprengt ja genau da wo der automationsclip auch hoch sprengt und alle anderen regler drehen sich auch sowieso weil die ja ständig steigen und da kann man jetzt nochmal eins hinten dran hängen wenn der sound da gerade so abgeht ja dann wieder mit rechtsklick duplizieren also einen punkt setzen nach hinten schieben und den dann da genau so kann man seine linien da zeichnen wie man es halt gerade braucht und jede stellt im prinzip einen drehregler da ob dessen stellung da variiert werden kann den auch nochmal länger unten dann die jumps verlängern hat man das liegt schon wieder verlängert sind wir schon bei einer minute ich weiß gar nicht vielleicht 15 oder 20 so jetzt nach unten ja die noch wieder zurück stutzen zurecht stutzen genau und jetzt noch eine letzte nehmen wir noch die Rezo und da mache ich auch nochmal letzte automationsclip create automation clip create automation clip genau da habe ich jetzt irgendwie da muss ich das erst rüber schieben genau deswegen komme ich da nicht ran weil das bild zu klein ist zack und wieder hin und jetzt habe ich hier sechs automationsspuren übereinander oder ja alle von diesem alieno jetzt mache ich hier jetzt mache ich hier einen effekt auf den zweiten langen ton mit dem Rezo und das ist dann hier sechs stück genau genau und so klingt das dann wenn die alle rein faden nacheinander aus also das ist das ist noch mal einen reinbasteln, während der läuft aber das ist kein Problem ja, das schaffe ich jetzt nicht mehr ganz aber so man erkennt das Prinzip, was da steht sofort ja, das war's dann heute mit den Automationsspuren ich denke, das war jetzt ziemlich umfangreich erklärt und erschöpfend mir wird jetzt nichts mehr einfallen, außer vielleicht noch zu speichern und das nächste Mal kommen wir dann noch zu den Effekten und vielleicht machen wir mal ein bisschen weiter und wie es halt so geht jetzt geht's go